Proteine, auch umlaussprachlich Eiweiße genannt, sind Makromoleküle, die aus Aminosäuren bestehen. Sie sind immens wichtig für unsere Muskulatur, sie darauf aber zu reduzieren wäre falsch. Sie sind an vielen Prozessen in der Zelle beteiligt und verleihen der Zelle nicht nur Struktur, sondern sind die molekularen Maschinen, die Nährstoffe transportieren, Ionen pumpen, chemische Reaktionen katalysieren und ermöglichen und Signalstoffe erkennen.